Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute nicht alleine unterwegs, wir haben heute jemanden mitgebracht, der immer am Weg ist, und zwar Peter, ich am Weg. Hallo, servus. Wir gehen heute den Bliesgrenzweg im Biosphärenreservat Bliesgau. Diese Tour hat etwa 15 Kilometer. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wandertour ist, tja, dann kommt mit. Guten Morgen. Guten Morgen, guck mal, wir haben euch Enne aus Österreich mitgebracht. That's me. Servus und einen wunderschönen guten Morgen. Guck mal, guck mal. bis zum nächsten Mal. Das ist wie die Biche, oder? Egal, wenn sie es sind. Immer gehen. Immer gehen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es muss professionell bleiben, darf nicht lachen vor der Kameraden. Und bei uns soll man ja warten, ob ich ihn sehe. Und bei uns soll man ja warten, ob ich ihn sehe. Komm, Peter. Ja. Ja. Das war's für heute. Sollte Es geht ab. Nein, das war aber so gut. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und den schönen Aussichten weit ins Land. Das war richtig top, Daumen hoch dafür. Aber auch die Bekleidung mit Peter, das war auch richtig schön. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über einen Kommentar sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Wenn ihr mal wissen wollt, wo ihr am besten in Österreich Urlaub machen wollt, dann schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Peter, ich am Weg vorbei, oder auf seinem Blog, werde ich alles unten verlinken. Also, bis dann. Ciao. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber mit Peter wandern zu gehen, das macht tierisch Freude. Tja, und was soll ich sagen, als kleiner Wahlsaarländer kam ich voll auf meine Kosten. Um jeden Fall danke ich das, den beiden Lieben von Strauß und Wanderlust. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Online. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020